Hallo noch einmal zu Berlin Live. Am Mikrofon ist Armin Siebert und ich habe einen Studiogast und zwar Bernd Rabel. In den 60er Jahren war er eines der bekanntesten Mitglieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes und Wegbegleiter Rudi Dutschkes. Viele Jahre hat Prof. Dr. Rabel danach am Otto-Sohr-Institut der Freien Universität Berlin gelehrt. Jetzt lebt er als freier Autor hier bei uns in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Rabel. Willkommen, willkommen. Herr Rabel, Sie waren also in den 60er Jahren ein enger Freund und Wegbegleiter Rudi Dutschkes. Wie war die Stimmung in West-Berlin in den 60er Jahren? West-Berlin war eine eingemauerte Stadt. Es gab viele Ostler in Berlin, auch unter der Studentenschaft. Der SDS in Berlin war gespalten in die Fraktion der Ostler und Westler. Die Stimmung war sehr gedrückt. Die Wirtschaft musste künstlich sozusagen gepowert werden. Berlin war für die Jugend interessant, weil es gab keine Beschränkungen. Es gab keine Restaurantverbote oder Kneipenverbote. Wir konnten uns frei bewegen. Es gab genug Wohnraum, weil viele Berliner zogen weg, weil sie Angst hatten, dass die Russen kommen, irgendwann die Stadt besetzen würden. Und so war das eine sehr interessante Zeit. Ursprünglich kamen Sie ja auch aus der DDR, also gehörten auch zu den Ostlern sozusagen. Warum haben Sie das Land verlassen? Zu den Abhauern. Warum verlässt man ein Land? Also ich komme aus einer Kleinstadt. Aus Rathenow. Da ist die Sehnsucht groß nach der großen, weiten Welt. Kann man ja auch nach Ost-Berlin fahren. Kann man nach Ost-Berlin. Ich hatte sogar einen Studienplatz für die Landwirtschaft. Die Partei hat mich delegiert, die Landwirtschaft zu studieren. Damals waren gerade die privaten Bauern alle überführt worden in Kollektivwirtschaften. Und mein erster Einsatz war in Werneuchen, Schönfeld bei Werneuchen. Die Bauern waren weg, die Kühe schrien, weil sie gefüttert werden mussten. Und wir Studenten waren sozusagen dabei, die Kühe halbwegs am Leben zu erhalten. Und das war für mich ein zu großer Stress, muss ich sagen. Ich habe mich dann erkundigt, was passiert eigentlich, wenn ich nach West-Berlin gehe, vor dem Mauerbau. Alles noch 1960. Und dann sagte man mir, ja, Sie kriegen ein politisches Stipendium von 350 D-Mark. Das war damals die Welt. Das sind so wie heute 1.000 Euro. Und was kann man studieren? Sie können studieren, was Sie wollen. Das interessiert uns nicht. Sie müssen allerdings Abitur nachmachen. Das heißt, das Ost-Abitur wurde nicht anerkannt. Dahinter steckte natürlich, man wollte überprüfen, ob Agenten kommen. Man wollte wissen, was schickt Stasi für Leute. Und es war im Grunde genommen der Versuch herauszukriegen, wer ist wer. Und ich habe lange gezögert, denn meine große Liebe lebte in Rathenow. Meine Mutter lebte dort. Und ich war eigentlich sehr verbunden mit dieser Stadt. Und dann habe ich mich kurz entschlossen, nach West-Berlin zu gehen. Alleine? Allein, ja. Nun haben Sie ja quasi ein Land verlassen mit einem sozialistischen oder sogar kommunistischen Anspruch und Ziel und sind in den Westen abgehauen, sozusagen. Sie haben sich aber trotzdem weiter für Marx und Lenin begeistert. Ja, das ist eigentlich kein Widerspruch. Ich kam hier an eine Universität im Bereich der Soziologie und der Politikwissenschaften. Und wir hatten hier Professoren, die alle mit dem Marxismus in Berührung gekommen waren. Also Richard Löwenthal, ein Gegner des Marxismus, aber ursprünglich aus der sozialistischen Arbeiterbewegung, aus der SAP kommend. Oder andere, etwa Friedeburg kommend aus dem Militär, aber Frankfurter. Dann Otto Stammer, ein Sozialdemokrat, der sich befasste mit der sozialdemokratischen Rechtstheorie. Und Hans-Joachim Lieber, der sich befasste mit dem Dissidenten-Marxismus der 20er Jahre, mit Lukacs, Korsch und der Frankfurter Schule. Und so hockten wir DDRler wieder in marxistischen Seminaren. Und unsere Inspiration war immer, den offiziellen Marxismus, Leninismus zu widerlegen. Wir wollten bessere Marxisten, Leninisten sein als die Herrschenden, denn uns schien die Politik sehr falsch zu sein. Sowohl bezogen auf die Jugend wie auf die Bauern, was ich ja nun einschätzen konnte, wie aber auch auf die Handwerker, denn damals wurden noch alle Handwerker enteignet. Das heißt, die These von der Verschärfung des Klassenkampfes im Sozialismus war nach unserer Auffassung falsch. Man musste eine andere Bündnispolitik machen, man musste mehr auf die Menschen zugehen. Und das war damals nicht im Kalkül der SED und auch nicht im Kalkül der KPDSU. Und so wurde ja dann die Mauer gebaut, um sozusagen zu verhindern, dass die DDR ausblutet, dass die Jugend, die Produktivkraft, Wissenschaft, die Ärzte, die Ingenieure weggehen in den Westen und die DDR nicht mehr lebensfähig ist. Und sie bekamen die Zustimmung der USA, weil in Zentraleuropa ein Land zusammenbrechen zu lassen, hätte unter Umständen Krieg oder Bürgerkrieg bedeutet. Und so wurde die Mauer gebaut und wir steckten so mittendrin. Also wir waren nicht Amerika begeistert, uns interessierte nur die amerikanische Freiheit, der Freiheitsbegriff, der immer wieder diskutiert wird. Einsicht in die Notwendigkeit oder der freie Wille, alles zu machen, was einem in den Sinn kommt. Und plötzlich erleben wir die Koalition der Großmächte, die hier in Berlin eine Mauer ziehen und sozusagen deutlich machen, dass Deutschland besetzt ist, dass sie machen können, was sie wollen. Und das provoziert uns. Und Sie haben sich dann engagiert in diesem sozialistischen Deutschen Studentenbund. Was war das für eine Truppe? Der SDS wurde gegründet von Helmut Schmidt 1946. Als Offizier der Wehrmacht war er daran interessiert, eine Jugendorganisation zu haben. Die SPD befürchtete damals noch die Konkurrenz der KPD und man glaubte, dass viele entwurzelte Soldaten und Offiziere zur kommunistischen Partei gehen würden. Und Helmut Schmidt gründete den SDS. Das war eine lose Organisation am Rande der SPD, sozusagen das Reservoir der Avantgarden und Eliten. Und dann stellte sich aber schnell heraus, dass der SDS doch ein Schlupfwinkel der Kommunisten wurde. Denn 1956 wurde die KPD verboten. Und viele der Linksintellektuellen gingen in den SDS, um hier Propaganda an den Universitäten zu machen oder um bestimmte Lehrstühle zu unterstützen. Herbert Wehner, ein Kommunist, der durchaus wusste, was Kaderarbeit bedeutet, sprach 1961 den Unvereinbarkeitsbeschluss aus. Das hieß, wer Mitglied des SDS ist, darf nicht Mitglied der SPD sein. Und so wurde der SDS sozusagen ausgeschlossen aus dem Milieu oder aus der Bündniskonzeption der SPD. Und wurde damit umso attraktiver für Klärgeister. Wurde, genau, Sie sagen das. Er wurde dadurch attraktiv. Bestimmte Professoren unterstützten den SDS. Also Marburg zum Beispiel, Wolfgang Abendroth in Frankfurt, Adorno und Horkheimer. In Berlin Hans-Joachim Lieber und Otto Stammer. Also progressive Köpfe. Progressive Köpfe, die sagten, dass solche Organisationen sind wichtig. Das Denken ist links, selbst wenn man später nicht links bleibt. Man muss alles in Frage stellen, um überhaupt ein kritisches Bewusstsein über die Zeit und über die Realität zu haben. Das ändert sich später sowieso. Man bleibt nicht links. Aber links gehört zur Entwicklung, zum Denken, zur Persönlichkeit. Und deshalb waren die Professoren, unterstützten das und bezahlten die Miete. Wir hatten zum Beispiel unser Büro oben am Kurfürstendamm in der Nähe der Joachim-Friedrich-Straße in einer alten SS-Ruine. Davor prangte noch der betongene Adler. Das Hakenkreuz war ausgeschlagen. Das erste Stockwerk war zerstört. Und wir lebten im zweiten Stockwerk in einem Riesenlager. Unten war ein Sargmagazin. Also das deutet schon an, was das für ein Haus war. Aber das war wichtig für uns, dass wir solche Ställe des Treffens haben konnten. Und Sie haben da sicherlich auch eifrig diskutiert. Sie hatten vorhin kurz erwähnt, es gab auf der einen Seite die Flüchtlinge aus dem Osten, aus der DDR und auf der anderen Seite die Westler. Wie weit haben Sie sich im STS voneinander unterschieden von der Richtung und von der Denkweise? Also die Ostler waren immer realistischer, weil sie waren näher dran an der Wirklichkeit und sie kamen auch aus den Unterschichten. Dutschke etwa kommt, sein Vater ist Postbeamter. Meine Mutter war reine Machefrau. Von daher sind wir also Unterschichtskinder, die in der DDR gefördert wurden, also als Arbeiterkinder gefördert wurden. Und jetzt in den Westen kommen und jetzt mit den Mittelstandskindern oder Millionärskindern sogar zusammenkommen, die auch ein anderes Weltbild, ein anderes Lebensbild, eine andere Sprache, ein anderes Selbstbewusstsein haben. Und wir sind trotzig. Wir sagen, wir lassen uns doch von euch nicht sagen, was ihr wollt und was ihr denkt. Uns ist das vollkommen egal. Und so gab es von Anfang an ganz bestimmte Fraktionen innerhalb des STS, eher mentale Fraktionen. Das kann sich auch ergänzen in gewissen Fragen. Ja, das ergänzte sich dann auch. Also ein Bankersohn, Dieter Kunzelmann, der zum Anarchismus tendiert war. Er war lange Zeit Glouchard in Paris, hat er immer gesagt. Ob das nun stimmt, weiß ich auch nicht. Aber es ist eine schöne Legende. Und Kunzelmann hatte die Idee, eben Kommunen zu gründen, die sexuelle Revolution in Gang zu bringen, alles durcheinander zu bringen, weil seine Überzeugung war, diese Gesellschaft ist nicht nur autoritär, sie trägt auch militaristische, diktatorische Züge. Und man muss das herausstellen, man muss das provozieren. Herausforderung. Herausforderung. Er war so eine Art Eventkünstler, der durch bestimmte Provokationen den Zustand der Gesellschaft offenlegen konnte, weil die anderen spielten mit, die Polizei spielte mit, die Politiker spielten mit, alle spielten mit, weil sie die Provokation nicht verstanden haben. Und somit war Kunzelmann ein Motor. Also er hatte die Subversive Aktion gegründet. In dieser Subversiven Aktion waren meistens Dichter und Maler und Künstler. Aber diese Subversive Aktion zielte darauf, Provokationen zu starten. Und der SDS war ein Milieu für diese Subversive Aktion. Und so war der SDS, wurde damit zum Zentrum der Auseinandersetzung. Machen wir eine sozialistische Realpolitik oder machen wir eine provokative Politik oder versuchen wir andere Wege zu gehen, andere Bündnisse aufzubauen und so weiter und so fort. War die Jugend damals radikaler als heute? Ja, wir waren entwurzelt. In der Hinsicht, dass wir nichts glaubten. Sehen Sie, ich bin Jahrgang 38, war also sieben Jahre, habe die Kämpfe um Berlin und um Rathenow erlebt, habe die Bombennächte erlebt und wusste, was Krieg ist. Deshalb unser radikaler Protest gegen Amerika, als die mit ihrem B-52 dort ganze Landstriche auslöschten, wussten wir, was das eigentlich heißt. Dann kommt die Nachkriegszeit hinzu, die für uns nicht einfach war, für den Osten. Man musste sich durchschlagen, man musste sozusagen überleben. Dann kamen die vielen Reformen in der DDR, denn auch die DDR versuchte ja so eine Art Kulturrevolution zu starten, indem eine Umwertung der Werte, sozusagen die konservativ-bürgerlichen, aber auch faschistisch-nationalsozialistischen Werte zu verändern. Und wir waren sozusagen in diesem Zentrum der Auseinandersetzung, weil wir an der Schule waren. Und West-Berlin als so eine Zwischenzone zwischen West und Ost, da setzte sich das alles fort. In den 60er Jahren haben Sie ja selbst relativ radikale linke Positionen vertreten. Später dann haben Sie die Antifa-Linken jedoch kritisiert. Warum? Es wurden Nazitäter in der Polizei im Gerichtswesen der Bundesrepublik gesucht und sozusagen entdeckt, also im Sinne der DDR auch, um deutlich zu machen, die Bundesrepublik sei ein faschistischer Nachfolgestaat des nationalsozialistischen Staates. Und wir fanden das nicht richtig. Wir sagten, die alte Generation ist die alte Generation und die neue Generation hat andere Ziele und andere Vorstellungen. Es ragt sicherlich die alte Gesellschaft als Tradition hinein in die neue Gesellschaft, aber es verändert sich. Und den Typus des Nazis, den Krieger, so wie Hitler, der eben Verblutete vor den großen Schlachten von Verdun oder sonst wo, den gibt es nicht mehr, diesen Krieger gibt es nicht mehr und die Killer, die dieser Krieg, der Zweite Weltkrieg hervorgebracht hat, die haben sich versteckt, die sind entweder raus aus Deutschland und die neuen Generationen, selbst wenn sie rechts sind, haben andere Ziele, andere Vorstellungen, andere Werte, weil immer wieder sozusagen der Antifaschismus in einer Polemik gegen den Meinungsunterschied hervorgehoben wurde. Also man durfte bestimmte Sachen nicht denken. Der Antifaschismus war ein Denkverbot für die Realität. Man durfte nicht denken, den Staat abzuschaffen oder man durfte nicht denken, bestimmte Kampagnen zu machen. Immer lauerte der Faschismusvorwurf. Und wir wandten uns damals gegen dieses Denkverbot, dass man bestimmte Themen nicht aufnehmen durfte. Sie haben ja öfter diese Political Correctness kritisiert, dass eben bestimmte Themen wie auch Nationalismus in Deutschland nicht wertungsfrei diskutiert wurden. Also wie steht es um die Meinungsfreiheit in Deutschland als Demokratie? Ja, das ist, also ich will jetzt hier nicht, so wie die Antifaschisten, kurzes Urteil fällen. Die Bundesrepublik ist eine offene Gesellschaft. Sie wird aber durch das Parteiensystem eingeengt in bestimmte Kampagnen, in bestimmte Zielvorstellungen und durch die Medienmacht, dadurch, dass die Medien Monopolen oder großen Verbänden gehören, wird auch die Meinung manipuliert. Und das ist, ja, trägt die innere Tendenz hin, ja, zur Auflösung einer freien und demokratischen Gesellschaft. Und wir haben das damals geäußert am Beispiel Springer, Springer, der ja hier in Berlin den Zeitungsmarkt kontrollierte und der damals dabei war, versuchte, das Fernsehen zu übernehmen und den Rundfunk zu übernehmen, was ihm nicht gelungen ist. Aber am Zeitungsmarkt hat man gesehen, dass selbst Tagesspiegel oder Kurier oder Telegraph die anderen kleinen Zeitungen Berlins eigentlich Springer-Zeitungen waren. Und die Springer-Zeitung als antikommunistische Zeitung radikal manipulierte, was der Berliner zu denken hatte über die Lage in Deutschland. Und das war für uns so ein Beispiel, dass das neue Deutschland, also die Ostpropaganda, eigentlich harmlos ist gegenüber die Manipulation im Westen, weil die westliche Manipulation... Subtiler ist. Subtiler nimmt bestimmte Bedürfnisse, das Alltagsleben, das Vorurteile nimmt sie auf und radikalisiert sie. Und indem sozusagen die Manipulation aus dem Inneren des Lebens kommt und damit auf die große Politik projiziert wird, gibt es gar keine Möglichkeit einer Diskussion, gar keine Möglichkeit Kontroversen zu führen, weil Antithesen tauchen in den Berichten nicht auf. Sie hatten als Einstieg die Medien und die Parteien erwähnt. Auf die Medien sind Sie gerade eingegangen. Wie sehen Sie die deutsche Parteienlandschaft? Die deutschen Parteien haben übernommen das amerikanische System der zwei Parteien, die eigentlich eine Einheitspartei bilden. Also man hat die Möglichkeit zu wählen zwischen Demokraten und Republikanern, man hat auch in der Bundesrepublik die Möglichkeit zu wählen zwischen CDU und SPD. Aber im Grunde genommen bilden sie als öffentliche Dienstparteien, denn die Mitglieder und die Funktionäre sind sozusagen im öffentlichen Dienst beschäftigt, als Lehrer oder auch als Funktionäre, als Polizisten, als Richter im ganzen großen Bereich. Und sie sichern sozusagen diesen öffentlichen Dienst. Inzwischen sind mehrere Parteien hinzugekommen, aber diese Parteien gliedern sich ein in diese Einheitspartei, die scheinbar andere Meinungen hat, aber in Wirklichkeit in den wichtigen, grundsätzlichen Fragen immer einheitlich auftritt. Zumindest die großen, also andere wie, was weiß ich, AfD, NPD und so weiter, die Piraten. Ja, ja, klar. Gut, es bröckelt immer am Rändern, bröckelt es. Aber dann irgendwann, wenn die Parteien Erfolg haben, Wie bei den Grünen sind sie weder sozialdemokratisch oder sind christlichdemokratisch. Ich hatte vorhin ganz kurz erwähnt, Nationalismus zum Beispiel oder Patriotismus. Wie sollten die Deutschen sich und ihre Stellung in der Welt im Jahre 2014 definieren sehen? Deutschland ist eine zentraleuropäische Macht und liegt zwischen Ost und West. Und diese Zwischenlage, das ist das Schicksal Deutschlands seit dem 30-jährigen Krieg und davor, diese Zwischenlage macht es notwendig, sowohl nach Westen wie auch nach Osten auszugleichen. Der deutsche Machtanspruch oder sagen wir mal der deutsche Imperialismus hat es in der Vergangenheit nicht gemacht. Das heißt, sie haben sich gegen den Westen aufgebaut, aber auch gegen den Osten aufgebaut. Und deshalb dieser 30-jährige Krieg im 20. Jahrhundert von 1914 bis 1945. Ja, und der Zweite Weltkrieg dann auch dazu ist. Ja, möglichst 45. Deshalb sage ich, es ist ein 30-jähriger Krieg, der als Zwei-Fronten-Krieg geführt wurde gegen Russland und gegen die Westmächte, war ein irrsinniger Krieg, weil die Eliten, die in Deutschland herrschten, sozusagen diese geopolitische Lage nicht richtig einschätzten. Sie waren überheblich, sie waren machtbesessen, sie waren überzeugt, dass sie sozusagen den Sieg, den totalen Sieg davontragen könnten und sie irrten sich, sowohl der Kaiser wie auch die Leute um Adolf Hitler. Das heißt, und das ist sozusagen die Schicksalsfrage, dass Deutschland auf keinen Fall, auf keinen Fall sich in einen Krieg gegen den Westen, also gegen Westeuropa oder in einen Krieg gegen Osteuropa oder Russland einlassen sollte. Das wäre der Idealfall. Wie ist es heute? Ja, das ist das Problem der Eliten. Das Spannende an der leninischen Imperialismustheorie ist die Dekadenz der Eliten. Denn jedes Land lebt von den Eliten. Sie sind unterschieden zwischen politischen Eliten, Wirtschaftseliten, kulturellen Eliten, Wissenschaftseliten und so weiter und so fort. Aber in Deutschland haben wir das Phänomen, dass die politischen Eliten sich jeweils beeinflussen lassen von den Großmächten, in diesem Fall von Amerika und sozusagen im Sinne Amerikas agieren. Nun haben wir das große Phänomen, dass durch den Zusammenbruch des Sozialismus, den Kollaps des Sozialismus 1989 Räume frei geworden sind. Also Räume, geografische Räume, aber auch Räume mit Rohstoffen, Räume mit Konsumenten, Räume mit Ressourcen, Räume mit Produktivkräften. Und der westliche Imperialismus hat die Tendenz, diese Räume zu besetzen und diese Räume aufzurollen. Man will also Russland zerstören, man will auch China zerstören, man will den Iran zerstören, man will auch Indien zerstören. Das heißt, diese Räume, diese Form des Neokolonialismus, die werden besetzt und die Deutschen sollten schlau sein, aus diesen Kriegen gelernt zu haben, dass das nicht geht. Es ist, die Amerikaner lernen nicht. Die sitzen in Afghanistan, sie haben ihre Niederlage in Vietnam, das war ja der Krieg, den wir genau beobachtet haben. Sie konnten den Krieg in Vietnam nicht gewinnen, auch raummäßig nicht gewinnen. Sie haben daraus nichts gelernt. Sie sind immer wieder, versuchen mit verschiedenen Tricks vorzudringen und diese Räume zu besetzen. Man muss ja heutzutage gar nicht mehr einmarschieren. Ich meine, dafür gibt es ja den Kapitalismus und das Finanzsystem, mit dem man die ganze Welt erobern kann. Wie sehen Sie das Stadium des Kapitalismus? Das ist ja das Thema meines Studiums und auch meiner wissenschaftlichen Arbeiten. Der Finanzkapitalismus, also wir studierten damals Hilferding, Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht in dieser Frage des Finanzkapitals. Das Finanzkapital ist ein Kapital, das einerseits produktiv ist, in dem alle Ressourcen der Welt konzentriert und zentralisiert werden, Großbetriebe geschaffen werden, die Konkurrenz ausgeschaltet wird, eine Art Planwirtschaft entwickelt wird und sie sind in der Lage, sozusagen konzentriert vorzugehen. Andererseits sind sie spekulativ. Das heißt, das Wucherkapital steckt im Finanzkapital drin, das schnelle Geld. Man will schnell Geld machen, schnell reich werden und dieses Wucherische, dieses Spekulative zerstört die produktive Seite des Finanzkapitals. Da gibt es ja ganz abartige Formen heutzutage, Hedgefonds und so weiter. Ja, na klar, das ist das, was wir erleben, den Zusammenbruch, die Manipulation der Banken, die stattfindet, die Bankrotte der Banken, die Geldtransformationen, die sind. Und dieses Finanzkapital hat sich vor allen Dingen in den USA radikal entwickelt, während in Europa immer der Staat versuchte zu regeln. In Europa gab es immer eine Art organisierten Kapitalismus. Dort sorgten die Gewerkschaften, aber auch die Unternehmer, auch der Mittelstand dafür, dass sozusagen das Finanzkapital nicht alle Grenzen sprengte. Und wir erleben augenblicklich die Phase, wo dieser organisierte Kapitalismus, dieser Rest von planerischem Kapitalismus zerstört wird. Wiederum, weil die Eliten nicht merken, was passiert. Die Eliten sozusagen auf ihre Aufgabe nicht vorbereitet sind und an diesem Punkt versagen. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Ja, natürlich. Es wird immer von diversen Gefahren von links und rechts oder vom Islam gesprochen, von NSU bis hin zu Hasspredigern. Von welcher Seite sehen Sie besonders Gefahr für die Gesellschaft? Die Paralyse. Die Paralyse, dass sozusagen keiner mehr weiß, wo es lang geht. Die Gesellschaft besteht nur noch aus Festen, aus Fußballkämpfen, aus Tänzen, aus Trommeln. Wenn man auf die Straße geht mit den Leuten, sprich, die wissen gar nicht mehr, worum es eigentlich geht. Das heißt, eine kleine Elite setzt sich durch und verblödet die Massen regelrecht. Und in dieser Paralyse können Sie machen, was Sie wollen, weil die Leute alles glauben. Na, ich meine, die müssen ja auch nichts wissen. Man wird ja gut gesteuert und beobachtet, von der NSA zum Beispiel auch, oder? Ja, gut, das ist ja nun die Beobachtung. Das war erst Misstrauen gegen die Wirtschaftseliten, die große Erfolge in Osteuropa hatten. Die deutsche Wirtschaft ist groß geworden durch ihren Handel mit Osteuropa und mit Russland. Und sie wollten wissen, was macht die Wirtschaftselite dort? Gibt es Verknüpfungen? Dann hat man der Merkel nicht getraut. Deshalb hat man ihr Telefon abgehört, weil sie Russisch spricht und weil sie sozusagen aus der russisch-DDR-Tradition kommt. Hat man natürlich geglaubt, diese Frau könnte doch Verbindungen zu Russland oder zu Putin haben. Und so hat die NSA hier eben reingehorcht, was hier los ist. Herr Rabind, ich möchte das Interview trotz aller Kritik auf einer positiven Note vielleicht beenden. Wie finden Sie, hat sich Berlin entwickelt, Ihre Stadt nach dem Mauerfall? Großartig, muss ich sagen. Das ist eine Art Paris geworden. Man fühlt sich sehr wohl. Früher sind wir nach Paris gefahren, um in den Cafés zu sitzen. Wir hatten nur wenige Cafés oder Restaurants, wo das Leben glühte und flammte. Und heute ist fast ganz Berlin in diesem Zustand. Ich wusste, dass eine positive Antwort kommt. Bei uns zu Gast war Prof. Dr. Rabel, ein Zeitzeuge, Kommentator, aktiver Gestalter deutscher Geschichte, jetzt als freier Autor in Berlin, auch zu finden in seinem Blog im Internet. Herr Rabel, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.